Ja, man soll auch akzeptieren, wenn jemand Tee trinkt oder vegetarisch isst. Ja, ich weiß, es gibt eine Lösung. Vielleicht sollte man im Duden nachschauen oder so etwas. Nur, wenn man auch Fernsehen, könnte fast alle stimmen. Bis hin zu Schwule, die auftreten in TV-Schuss und so etwas. Ja, das Wort ist natürlich nur ein Komix-Wix jüdischer Gesellschaft. Aber vielleicht sind die Deutschen einfach zu dumm, um auch links zu sein. Und es scheint in diese Richtung zu laufen. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.